Jetzt machen wir für euch ein Freestyle. Freestyle, wer kennt das? Ja, einige Hip-Hopäzen hier. Also Freestyle für die, die es noch nicht kennen, das ist Improvisation mit Wörtern. Also geben wir jetzt drei Wörter. Und dann mache ich für euch jetzt gerade hier ein Rap live on stage. Kreuzpolisheka! Kreuzpolisheka, okay. Den habe ich auch schon gehabt. Was noch? Aiele. Aiele. Oh, sehr schön. Kreuzpolisheka, Aiele und? Cotteron. Cotteron. Kreuzpolisheka, Aiele und Cotteron. Kreuzpolisheka, Aiele und Cotteron. Eben Simon, und ich sitze sowieso auf dem Sofa und gucke ein bisschen Cotteron. Das ist ein okay, und ich denke einfach nein. Sie sind um mich mal nüt, aber ist doch scheissegal. Ich habe keine Wahl. Ich will nicht zappen. Ich habe noch vergessen, wo noch die Tastatur ist. Dann kommt da plötzlich die Lady und ist neben mir auf dem Sofa und chillt mit mir als wie ein Opa. Oh ja, oh ha, das finde ich klar. Das ist wunderbar. Und so. Und ich sitze sie, sie bitte nein. Mit mir als ein bisschen Eile. Das finde ich schön, als wäre mir so wie im Sommer der Föhn. Wirklich. Oh nein, tut sie mich entzücken. Ich bin wirklich glücklich. Schaltet den Fernseher ab. Geht er uns eh schlapp. What the fuck, jetzt bin ich da. Ich kann die Welt nicht mehr wirklich verstehen. Wie Fanny's anfangen zu küsse, es gibt Ergüssen. Und plötzlich geht es irgendwie weiter. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Ich bin einfach da. Und sie rappen einfach plötzlich mit mir zu dem Beat. Aha, ja, freestylen kann sie auch noch. Wow, das ist ja wirklich klar. Ich schenke sie wie Frodo den Ring ab. Guck einmal das Ding, fuck. Das ist ja wirklich schön. Ich habe aufziehe ihre Hose. Ich kann fast nicht mehr zuhören. Was macht sie da? Sie zieht sich ab. Und bei mir kommt es plötzlich schlapp. What the fuck, was geht da ab? Sie hat nicht das, was sie sollte haben. Zwischen dabei. Oh nein, was mache ich? Sie sollte einfach nur weggehen. Aber sie bleibt da. Und ich sage einfach nur Kreuzpolischecker. Ich nehme mir사�buch. Und ich danke euch. Danke auch für dich. Ich nehme die Frage nach uns zu. Drum fragen. Und dulean bei dir siemış ist, das macht es eigentlich ganz einfach. Das macht es wirklich viel raussch learning. Aber wir gravieren.